Leute gönnt euch. Was ist angekippt? Peace Leute, was geht ab? Ich bin Justin und heute machen wir die beste Lasagne EU-West, wie ihr es schon im Titel gelesen habt. Leute, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Deswegen fangen wir gleich an. Ich werde sie auch probieren, Leute. Ich werde sie auch probieren. Papa, gönnt sich auch eine Lasagne. Ich bin bloß angekippt. Ja, hier. Gönnt euch, Leute. Filmen wir mal kurz. So, Leute. Ich will euch nicht lange aufhalten. Deswegen probiere ich jetzt die Lasagne. Natürlich mein Della. So, Leute. Das ist die Lasagne. Ja, ich weiß, das was ist Papa. So, hier schön. Man umgekippt. Leute, gönnt euch den Käse. Der Käse ist gut. Ich probiere ein Stück. Und dann gibt es meine Punktzahl. Also, Leute. 10 ist das Beste von 0. 0 ist das Schlechteste. Jetzt komm. Mmh. Okay, Leute. 6, Leute. Ich gebe 6 Punkte. Papa, probier du jetzt noch mal kurz. Und dann musst du die Punktzahl sagen, die dir schmeckt, okay? Bis gleich, Leute, mein Vater. Papa hat sich auf den Arsch gesetzt. So, Papa, probier mal ein Stück. Und dann deine Punktzahl. Ja, meine ist leider umgekrippt. Ja. Punktzahl der Herr. Acht. Acht. Okay, Leute. Ich habe 6. Papa, schmeckt die Lasagne viel besser. Gönnt ihr, Papa. Ja, Leute. Also, das war es mit dem Video. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Dann gebt einen Daumen hoch, Leute, für dieses Lasagne... Für dieses Lasagnen-Video. Dann werde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, Leute.